Dann mach ich's für dich. Liebes Tagebuch, heute habe ich das getan, wovor ich am meisten Angst hatte. Ich hab die Kontrolle verloren. Ich habe jemanden getötet. Ich dachte immer, das schlimmste Gefühl überhaupt wäre, jemanden zu verlieren, den man liebt. Aber das stimmt nicht. Das schlimmste Gefühl ist der Moment, in dem einem klar wird, dass man sich selbst verloren hat. Das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020